Frauen können sich nicht in Ruhe hinsetzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Freundin, wenn ich abends einen Film gucken will, das geht nicht. Ich sitze schon bereits auf dem Sofa. Ich sag, können wir anfangen jetzt. Ich will langsam in den Bett, sag ich, ich komme, ich komme. Dann kommt sie so, jetzt, pass, ah, nee, warte, noch mal kurz, warte, noch mal was zu trinken holen, weißt du? Musst du 40 Liter am Tag trinken? Warte, so, jetzt kann losgehen, jetzt kann losgehen, ah, nee, warte, noch mal was zu knabbern. Film ohne knabbern geht nicht, so, mh, leckere Reiswaffel, mh, lecker, so, jetzt kann losgehen, jetzt kann, ah, noch mal pullern, ich muss noch mal. Warum denn?